James P. Reaver wurde 1957 in den USA geboren. Bekannt wurde er als der schizofrene Vampir. Schon zu Kindergartenzeiten soll er eine Lust auf Blut entwickelt haben. Er entwickelte die besessene Vorstellung, seine an den Rollstuhl gefesselte Großmutter sei ein blutsaugendes Raubtier, das ihm nachts das Blut aussaugte. Seine psychischen Erkrankungen brachten ihn 1975 bis 1978 in eine psychiatrische Anstalt. Er malte grausame Bilder und begann auch Tiere zu töten und deren Blut zu trinken, bis er schließlich am 10. April 1980 auf seine Großmutter schoss. Getroffen warf sie ein Wasserglas nach ihm und er drückte erneut ab. Er hatte golden angemalte Kugeln verwendet. Aus den Wunden trank er das Blut der 74-Jährigen. Um das Verbrechen zu vertuschen, legte er Feuer. Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass sie zu diesem Zeitpunkt noch am Leben war und somit im Feuer starb. Als man ihn schließlich bereits am folgenden Tag festnahm, er hatte sich der Festnahme gewaltsam versucht zu widersetzen und ihn mit den Vorwürfen konfrontierte, plädierte er auf unschuldig. Im Verlauf der folgenden Wochen erklärte Rivas Mutter, dass ihr Sohn sich schon seit vier Jahren für einen 700 Jahre alten Vampir hielt. Am 15. Juli 1980 wurde Riva wegen Mordes und Brandstiftung angeklagt. Am 30. Oktober 1981 wurde er wegen Mord, zweiten Grades und Brandstiftung sowie zweier Körperverletzungen zur lebenslange Haft plus 19 bis 20 Jahren wegen Brandstiftung verurteilt. Am 24. Juni 1991 wurde er wegen Wahnsinns von dem Vorwurf freigesprochen, einen Gefängnisbeamten aufgeschlitzt zu haben. Der Beamte hat vermutlich überlebt. Im August 2004 wurde sein erster Bewährungsantrag abgelehnt. Auch ein Bewährungsantrag im Jahr 2009 wurde abgelehnt. Zuletzt wurde im Jahr 2020 ein weiterer Bewährungsantrag abgewiesen. Es ist davon auszugehen, dass weitere Bewährungsanträge weiterhin abgewiesen werden.